So, herzlich willkommen, liebe Bison-TV-Zuschauer. Heute sind wir in Flienzau auf dem Olaf. Das Olaf, ich glaube, 17, ja, 17 müsste stimmen, könnte das sein? 17 oder 18? Ähm, 16, 17, 18. Wir sind, ja, hier, es ist kalt, ihr, der Tobi ist auch da, ja, aus Hamburg sind Leute da. Also überall kommen Leute zusammen, um dieses Lager hier zu feiern. Und hier ist so allerhand los und das zeigen wir euch jetzt. Viel Freude damit. Das ist ein bisschen live dabei. Okay. Ja, ich bin cool. Ich bin cool. Nein, ich bin cool. Onse ju premise. Nein. We lockten. Das Ding los geht, okay? Ist Wind stärker? Ja. Aber ich filme nur in zwei, das ist zu klein. Das ist ein Mal, das ist ein Mal, das ist ein Mal. Musik 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 Hallo! Und, wie geht's euch? Nein, nein, ich hab schon die Gäste. Willst du gerade einen Käse machen? Willst du gerade einen Käse machen? Schwäbische Spezialität. Kässpätzle. Oh, der Tee schäumt. Und sogar ein paar Cappuccino-Automaten. Boah, Luxus! Am Abend haben wir die Grundkonstruktion gebaut. Mit vier Flügel haben wir dran. Die vier waren noch zu und vorne offen. Wir essen den Kaffee, den es gibt. Aber schön warm, oder? Aber den trinkt nur er. Es gibt ja nur eine, wirklich. Super. Alles, was der Evi bestellt hat, hat es gebeten. Willst du es sehen? Ja, ich mach schon zu. Tschö. Ciao. Bis später. So. Ich träge es super, wie ich sage. Einmal das rein, einmal das Reis. Einmal das Reis, was da bei dir im Säger ist. Sevi? Und das, was da vorne läuft. Das ist voll erwachsen. Ich glaube, das ist jetzt das oder das, was er meint. Sigi? Nächste Meister. Dicke? Cedric, und du darfst hier gleich noch was nehmen, wenn du willst? Nicht verbinden, bitte. Oh Gott, es ist kalt. Wie dir, das wäre ja meine kleine Pfanne gewesen. Die haben wir doch hier. Die sind ganz sehr eng. Geht ja gut. Der hat Löffel? Ja, also ich habe drei oder vier Stiche. Und? Geht's? Kannst du auch andere Bühne spielen? Ja. Hast das andere Horn auch noch von der Kuh? Ja, komm, lass mal probieren. Ich bin jetzt schon wieder mit dem Trenospol. Okay. Oh Gott. Ich bin jetzt hier in der Kasse. Das ist ja nicht. Ich bin jetzt hier. Musik 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 Wie gefällt es dir denn so? Gut. Ist es nicht so kalt? Im Moment nicht. Gut. Gut. Way down in Egypt's land. Salve. Pharaoh. Let my people go. I know Moses what to do. Let my people go. Let them go. Let my people go. Oh God. Moses. Way down in Egypt's land. Salve. Pharaoh. Let my people go. Oh God. Go down. Moses. Way down in Egypt's land. Pharaoh. Pharaoh. Let my people go. Go, 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 go. Moses. Way down in Egypt's land. Pharaoh. Pharaoh. Forest. Way down in Egypt. ire. fold. OEf. I'm going to Twitter. Him as I said. Am I at you? Tap3. OS Flashy is coming. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020